Sie sollten dieses Hörbuch hören, weil Buffett in dreierlei Hinsicht einzigartig ist. Erstens, Buffett ist ein reinrassiger Investor, der Aktien und Firmen kauft, gelegentlich Manager austauscht und den Erwerb dann laufen lässt. Niemand hatte mit diesem Ansatz jemals so viel Erfolg wie er. Zweitens, Buffett spricht zu uns. Das hat vor ihm noch kein Milliardär getan. In diesem Buch lässt er sich erstmals tief in die Karten schauen. Näher kommt man nicht an ihn heran. Drittens, Buffetts Rezepte funktionieren. In diesem Buch lernen wir, mit welchen Mühen und auf welchen Irrwegen Buffett die scheinbar leichten Prinzipien des Investierens entwickelt und zur Perfektion gebracht hat. Begleiten Sie das Genie des Geldes auf seinem Weg zum reichsten Mann der Welt. von den Erwerb, über den Erwerb, über den Erwerb aus dem Gut. Und der Erwerb, über den Erwerb.